Ja ihr Lieben, im letzten Video haben wir uns über ein mögliches Remake zum allerersten Jurassic Park Film unterhalten. Über ein Remake, das sich dann sehr vom Film unterscheidet, weil das Remake hätte sich dann sehr stark am Buch von Michael Crichton orientiert. Und das Video ist bei euch super angekommen. Dafür erstmal vielen, vielen lieben Dank auch an euch. Und ihr habt mir auf Instagram zahlreiche Nachrichten geschrieben. Soweit habe ich überhaupt nicht gedacht, aber ja, es macht total Sinn. Tobi, jetzt wo du ja angefangen hast, mal über ein mögliches Remake von Jurassic Park 1 zu sprechen, kannst du vielleicht auch mal irgendwas zu einem möglichen Remake von The Lost World Jurassic Park 2 sagen? Also in einem Video einfach mal thematisieren und behandeln, wie ein Remake zu The Lost World nach Michael Crichtons Roman wirklich aussehen könnte. Und ja, diese Frage ist einfach ultra berechtigt, denn das Buch The Lost World Jurassic Park von Michael Crichton ist so unfassbar anders als der Film. Dass dieses Remake noch wesentlich interessanter wäre als ein Remake zum allerersten Jurassic Park. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir legen jetzt hier los. Ich habe für euch alles mögliche analysiert. Ich habe mir einen Cast überlegt. Ich habe mir bestimmte Szenen überlegt, die auf gar keinen Fall im Remake fehlen dürften. Und noch ein paar andere Dinge. Wir sprechen jetzt hier über The Lost World Jurassic Park 2 und die Frage, wie würde ein Remake aussehen? Viel Spaß mit dem Video. Wie würde nun also ein Remake zu The Lost World Jurassic Park 2 aussehen, wenn es sich ganz stark am Buch orientieren würde? Und ja, irgendwie war uns doch allen klar, dass dieses Video hier noch kommen muss. Denn wir haben uns im letzten Video erst darüber unterhalten, wie ein Remake zum allerersten Jurassic Park Film von 1993 von Steven Spielberg aussehen könnte. Wenn dieses Remake sich ebenfalls sehr stark am Buch Jurassic Park oder auch im deutschen Dino Park von Michael Crichton orientieren würde. Nehmen wir einfach mal an, dieses Remake wäre unfassbar erfolgreich. Da macht es natürlich auch Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie ein Remake von The Lost World Jurassic Park 2 aussehen würde. Und diese Fragestellung wird tatsächlich noch wesentlich spannender als die Frage, wie ein Remake zum ersten Teil aussehen würde. Denn The Lost World Jurassic Park 2 im Buch ist eine nahezu komplett andere Geschichte als das, was wir im Film gesehen haben. Es gibt im Buch bestimmte Figuren, die im Film überhaupt nicht auftauchen und ebenfalls auch andersrum, zum Beispiel ein Roland Tempo existiert im Buch überhaupt nicht. Wir beschäftigen uns also jetzt mit der Frage, was wäre, wenn ein Remake wirklich kommen würde? Ein Remake, das sich sehr stark an der Buchvorlage orientiert. Wie würde es aussehen? Wer könnte dabei mitspielen? Welche Szenen dürften auf gar keinen Fall im Film fehlen? Ja, genau das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Es wird also wirklich wild in diesem Video und ich bin sehr auf eure Meinung zu meiner Idee zu einem Remake gespannt, wie das Ganze aussehen würde. Beginnen wir vielleicht einfach mal mit, naja, so ein paar Klarheiten, die wir besprechen müssen, damit diejenigen von euch, die das Buch vielleicht nicht gelesen haben, überhaupt wissen, was so besonders an einem Remake zu The Lost World Jurassic Park 2 wäre. Denn, naja, Buch und Film unterscheiden sich wirklich unfassbar voneinander. Bevor wir uns also vorstellen, wie ein The Lost World Remake aussehen könnte, das dem Buch treu bleibt, schauen wir uns kurz die wichtigsten Unterschiede an. Denn ja, der Film ist zwar durchaus unterhaltsam, aber hat vieles aus dem Buch nicht übernommen oder eben sehr stark verändert. Zum Beispiel die Charaktere. Im Buch gibt es viele Charaktere, die im Film einfach gar nicht erst auftauchen oder die ebenfalls so stark verändert wurden, wie zum Beispiel ein Donald Gennaro in Jurassic Park 1. Zum Beispiel gibt es im Buch von The Lost World, wie eben gerade schon besprochen, den Wildjäger Roland Tempo überhaupt nicht, der im Film tatsächlich mitunter einer der Fanlieblinge ist. Dafür bekommen wir einen wesentlich größeren Fokus auf den Wissenschaftler Richard Levine oder Levine. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie man das genau ausspricht. Der fehlt im Film einfach komplett. Dieser Wissenschaftler müsste definitiv eine Rolle in einem Remake zum Buch von The Lost World spielen. Und ja, da der Name jetzt hier noch öfter fallen wird, ich bleibe einfach mal beim Namen Levine. Ich meine mal gehört zu haben, in einem Hörbuch, das der Name so ausgesprochen wird. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ihr werdet es alle überleben. Im Buch ist Villine einer der Hauptcharaktere. Er ist ein arroganter, aber brillanter Paläontologe, der schon früh nach Isla Sorna reist. Und zwar alleine, weil er glaubt, die Dinosaurier besser verstehen zu können als jede andere. Ja, auch besser als Dr. Alan Grant. Die Hauptfigur Ian Malcolm, die wir ja schon aus dem ersten Buch kennen, ist auch hier deutlich anders im Vergleich zum Film. Er ist zwar immer noch der zynische Chaos-Theoretiker, aber im Buch ist er viel, naja, zurückhaltender und eher der Beobachter, der die Ereignisse kommentiert. Im Film geht es viel um die Jagd auf Dinosaurier und die anschließende Katastrophe, als dann der Tyrannosaurus Rex nach San Diego gebracht wird. Im Buch gibt es diese T-Rex-Szene übrigens auch nicht. Also der gesamte Stadt-San Diego-Vorfall ist eine Sequenz, die sich Steven Spielberg im Nachhinein ausgedacht hat als eine Anlehnung an Godzilla, weil Spielberg eben auch ein riesiger Godzilla-Fan ist und deswegen existiert diese Szene überhaupt in The Lost World, dem Film. Die Geschichte im Buch bleibt auf der Insel und konzentriert sich viel mehr auf das Überleben der Charaktere in einer für sie feindlichen Umgebung. Ebenfalls die Darstellung der Dinosaurier unterscheidet sich im Buch zum Film gravierend. Im Buch gibt es die, von denen ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, sogenannten Camouflage-Karnivoren, also Dinosaurier, die sich tarnen können. Das wurde im Film komplett weggelassen, später in Jurassic World dann aber nochmal mit dem Indominus Rex referenziert. Und ja, ich habe bereits ein Video zu diesen Camouflage-Dinosauriern gemacht, das bei euch sehr gut angekommen ist und wirklich verdammt gute Klicks abgestaubt hat. Ich habe es dir da oben rechts in der Ecke verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, da habe ich das Ganze, wie gesagt, komplett durchbesprochen. Wir werden aber auch hier in der Remake-Analyse nochmal ganz kurz auf die Camouflage-Karnotauri eingehen. Ebenso spielen die Pro-Com-Sugnatus, also die kleinen Kompis, eine wesentlich größere Rolle im Buch, als wir es im Film gesehen haben. Denn die kleinen, aber tödlichen Kreaturen kommen im Film ja nur relativ kurz vor. Und wir haben definitiv ikonische Szenen mit den kleinen Tierchen im Steven Spielberg-Film. Einmal den gesamten Beginn, wo die kleine Kathy, naja, einen Vorfall mit den Tieren nur ganz knapp überlebt und ebenfalls auch dann später den ikonischen Tod von Dieter Stark. Im Buch aber sind sie eine ständige Bedrohung, also wirklich permanent aktiv und wir als Leser lernen auch wesentlich mehr über diese Tiere. Auch das könnte man jetzt in einem Remake wesentlich besser verarbeiten. Achso ja, übrigens in dem Video hier vor, wo wir über den allerersten Jurassic Park Film als Remake gesprochen haben, da haben wir uns ja dazu entschieden, dass eine Miniserie am meisten Sinn ergeben würde, so rund 6 bis 8 Folgen. Und ja, natürlich bleiben wir jetzt auch hier bei The Lost World Jurassic Park 2 bei genau dem Konzept. Das würde sich jetzt hier logischerweise nicht ändern. Und ihr habt mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht sogar Sinn machen würde, jedem der beiden Bücher zwei Staffeln zu verpassen. Interessantes Konzept, das würde auch wirklich funktionieren. Da werde ich in einem separaten Video nochmal drauf eingehen, was in welcher Staffel hätte thematisiert werden sollen. Aber ja, im Endeffekt würde ich sagen, das macht dann schon Sinn, das Remake von Jurassic Park 1 in zwei Staffeln verpacken und dann eben nochmal das Remake von Jurassic Park 2 in zwei Staffeln verpacken. So hätten wir mit beiden Buchadaptionen als Remake zum Jurassic-Franchise dann eben vier überschaubare Staffeln und das wäre, glaube ich, generell gar keine verkehrte Idee. Kommen wir zurück zum Thema. Wie schon gesagt, gibt es im Buch keinen riesigen Showdown mit Tyrannosaurus Rex in der Stadt, wie wir ihn im Film bekommen haben. Denn das Ende hier, also das Ende im Roman von Michael Crichton, ist viel weniger bombastisch, aber dafür realistischer und meiner Meinung nach auch spannender. Und auch wie im Video davor dürft ihr mir hier bei allen Punkten widersprechen und es mir gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Aber die Charaktere versuchen hier wirklich verzweifelt von der Insel herunterzukommen, während die Dinosaurier langsam aber sicher die Oberhand gewinnen, was wirklich für eine unfassbare Spannung sorgt. Wie würde das Remake jetzt also im Großen und Ganzen aussehen? Naja, jetzt da wir die wichtigsten Unterschiede besprochen haben, lasst uns mal überlegen, wie ein Remake tatsächlich aussehen könnte, das sich eben sehr stark am Buch orientiert. Die Serie sollte definitiv den wissenschaftlichen Fokus wesentlich weiter nach vorne setzen, als es im Film der Fall gewesen ist. Denn The Lost World Jurassic Park 2, so gut der Film auch wirklich ist, verlässt sich hierbei dann doch sehr viel auf Action. Das Buch hingegen setzt den Fokus weiterhin, genauso wie auch im ersten Teil, eher auf die Wissenschaft. Anstelle der reinen Action und Jagd, die wir aus den Filmen kennen, würde sich das Remake vielmehr mit den wissenschaftlichen Aspekten der Dinosaurier beschäftigen. Richard Levine oder Levine würde eine zentrale Rolle dabei spielen, wie er mit seiner Forschung auf die Insel geht, um die Tiere zu studieren. Dabei würden wir als Zuschauer ebenfalls noch sehr viel über die Isla Sorna lernen. Wie war sie aufgebaut? Was unterscheidet die Isla Sorna so signifikant von der Isla Nubla? Ebenfalls könnten bestimmte Feldtests mit Dinosauriern angesprochen werden, die wir im Buch kennenlernen. Und auch der sogenannte DX-Virus, der tatsächlich auch schon Teil der Romane gewesen ist, den wir jetzt anscheinend in Jurassic World Rebirth kennenlernen. Das würde dem Ganzen einen sehr Jurassic Park 1-mäßigen Touch geben, mit mehr Entdeckung und weniger Monster-Film-Feeling. Demnach, ja, auch The Lost World Jurassic Park 2 wäre genau wie das Remake zum ersten Teil, dann hierbei wesentlich anspruchsvoller, was die Story und eben die Inhalte angeht. Die Spannung würde hierbei viel mehr von den gefährlichen Dinosauriern kommen, die die Menschen verfolgen, anstatt von der Idee, die Tiere zu fangen und in Zoos zu stecken. Stellen wir uns einfach vor, wie die Procomsognathus im Dschungel permanent auftauchen können und eben unsere Gruppe bedrohen. Über die kleinen Tierchen könnten wir ebenfalls auch noch wesentlich mehr lernen. Ich meine, Dinge, die wir auch eigentlich schon im ersten Remake hätten lernen müssen, aber die dort vielleicht noch nicht wirklich viel Anklang gefunden haben, dass die Tiere eben eine Art von giftigen Speichel besitzen, der mit Bakterien zersetzt ist. Und ja, wenn du von so einem Procomsognathus gebissen wirst, kann das Ganze eben zu Lähmungen führen und das wiederum führt dann dazu, dass du einfach bei lebendigem Leib aufgefressen wirst, während du alles komplett mitbekommst, dich eben nur nicht mehr bewegen kannst. Es wäre also ein ständiger, nervenaufreibender Überlebenskampf. Ebenfalls könnte der Climax hier anders ausfallen. Statt einer T-Rex-Verfolgungsjagd in San Diego, hätten wir hier einen viel intensiveren Kampf auf der Insel selbst. Das Überleben in der Wildnis würde im Vordergrund stehen mit Dinosauriern, die sich intelligent an den Menschen anpassen. Die, in Anführungszeichen, Tarn-Dinos, die Camouflage-Saurier, wären eine geniale Möglichkeit, das Horrorelement auf der Insel zu verstärken. Wie gesagt, mein Video ist hier oben verlinkt. Schaust dir auf jeden Fall mal an, da erkläre ich dir den gesamten Auftritt der sich tarnen können, den Karnotaurus. Und ja, mit dieser Art von Gefahr könnte man einfach den ultimativen Dino-Horror erschaffen. Lasst uns ebenfalls über einen neuen Cast sprechen. Jetzt, wo wir das Szenario klarer vor uns haben, da wäre die Sache mit dem Cast die vielleicht sogar spannendste Frage. Wer könnte die Charaktere in einem buchtreuen Remake spielen? Fangen wir einfach mal an mit Richard Levine. Und jeglicher Cast hier kann von euch gerne umbesetzt werden. Das ist einfach nur meine Meinung, wo ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe. Meine Cast-Idee für Richard Levine wäre in diesem Fall hier Benedict Cumberbatch. Ja, ich weiß. Ein Triple-A-Lister. Aber ich habe mir dabei auch Gedanken gemacht. Denn Richard ist arrogant, intelligent und leidenschaftlich, vielleicht sogar ein bisschen selbstverliebt. Also, wer könnte das besser verkörpern als Benedict Cumberbatch? Mit seiner Fähigkeit, exzentrische, aber geniale Charaktere zu spielen, wäre er einfach perfekt für diesen Part. Der Part von Ian Malcolm wäre logischerweise in einem Jurassic Park 2 Remake ebenfalls von Riz Ahmed verkörpert worden, den ich ja bereits im allerersten Remake vorgeschlagen habe. Einige von euch haben mir jetzt noch geschrieben, was ich von einem Adam Driver als Ian Malcolm halten würde. Dann müsste man natürlich auch Ian Malcolms Rolle im ersten Remake ersetzen. Aber ja, das mag irgendwo auch passen können. Ich meine, Ian Malcolm ist im Buch eher ein stiller, nachdenklicher Beobachter. Adam Driver, der schon in zum Beispiel Star Wars oder auch Marriage Story bewiesen hat, dass er wirklich vielschichtige, emotionale Charaktere spielen kann, wäre auf jeden Fall eine interessante Wahl für diese Version von Malcolm. Also von daher könnte man das ebenfalls auch so drehen. Als Sarah Harding würde ich Jessica Chastain casten. Ja, Sarah Harding ist im Buch eine starke, unabhängige Frau und eine erfahrene Verhaltensforscherin, was ihren Bezug zu Ian Malcolm einfach noch viel lustiger macht. Und Jessica Chastain bringt genau die richtige Mischung aus Stärke und Intelligenz mit, um diese Rolle zu verkörpern. Das ist zumindest meine Meinung. Kommen wir jetzt zu Eddie Carr. Ich weiß, Eddie ist mitunter einer der wahrscheinlich Lieblingsfiguren im gesamten Film. Und auch hier müssen wir Eddie natürlich neu besetzen. Und tatsächlich habe ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit noch einmal The Batman mit Robert Pattinson angeschaut. Und nein, jetzt nicht erschrecken, Robert Pattinson wäre nicht mein Vorschlag für Eddie, sondern Paul Dano, quasi derjenige, der in The Batman den Riddler verkörpert. Denn Eddie ist der Technikexperte, der in brenzligen Situationen den kühlen Kopf bewahrt, naja, bis er nicht mehr kann. Paul Dano könnte diesen Übergang von Ruhe zu Panik wirklich hervorragend darstellen, denn im Buch sorgt auch das für eine gewisse Spannung auf den Charakter selbst bezogen. Jetzt kommen wir zur kontroversesten Meinung. Wer würde Louis Dodgson spielen? Ja, Louis Dodgson muss in The Lost World Jurassic Park 2 im Remake vorkommen. Das heißt, meine Casting-Idee wäre jetzt natürlich auch dann dieselbe Person, die auch Louis Dodgson im ersten Remake von Jurassic Park 1 mimen würde. Meine Wahl hierbei würde auf Christoph Waltz fallen. Und ja, ich weiß, erneut ein A-Lister, darüber lässt sich vielleicht auch wieder streiten, aber der Gegenspieler Dodgson taucht im Buch einfach viel prominenter auf als im Film und Christoph Waltz wäre einfach perfekt, um den gerissenen und manipulativen Charakter zu verkörpern. Lasst uns jetzt nochmal über die ein oder andere Schlüsselszene sprechen, die wir in einem Remake zu The Lost World Jurassic Park 2 auf jeden Fall nicht vermissen dürfen. Unter anderem das Nest der Raptoren. Ja, im Buch gibt es eine extrem spannende Szene, in der unsere Hauptfiguren auf ein großes Nest von Velociraptoren stoßen. Hier wird gezeigt, wie intelligent und sozial diese Dinosaurier wirklich sind. In einem Remake könnte das visuell unglaublich stark umgesetzt werden und uns den Raptor als Gemeinschaft zeigen, was die Bedrohung und die Atmosphäre noch einmal auf ein ganz anderes Level bringen würde. Szene Nummer 2, die wir auf gar keinen Fall rauslassen dürfen. Ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt, das Versteckspielen mit den Kanu Taurus. Das führt mich jetzt hier zu einer meiner Lieblingsstellen aus dem Buch. Der Stelle mit den Kanu Taurus. Im Buch treffen die Charaktere auf, wer hätte es gedacht, Kanu Taurus in einem verlassenen Dorf. Also einem verlassenen Dorf dieser Ingen-Wissenschaftler, die nach dem Harry Kane Clarissa das Dorf eben verlassen mussten. Und genau dieses Dorf wird jetzt von zwei sich tarnen könnenden Camouflage-Kanu Taurus belagert. Diese Tarnfähigkeit wird im Buch als Chamäleon-artige Tarnfähigkeit beschrieben, die dafür sorgt, dass die Tiere nahezu 1 zu 1 mit ihrer Umgebung verschmelzen können und eben unsichtbar werden. Diese Stelle im Buch ist wirklich extrem spannend und noch zum dritten Mal, link oben rechts in der Ecke zu dieser Szene, Das wäre im Remake einfach ein großartiger Moment. Das wäre der Augenblick, über den man reden würde. Das wäre das Aushängeschild des zweiten Teils, also des zweiten Remakes. Ein wirklich einzigartiger Moment, um sowohl den Horror als aber auch die Kreativität von Michael Crichtons Dinosauriern zu zeigen. Und die dritte und für mich erstmal letzte Szene, die definitiv im Remake sein müsste, die man auf gar keinen Fall rausschneiden dürfte, wäre das Höhlenlabyrinth. Ja, ein weiteres Highlight des Buches ist einfach das Höhlenlabyrinth, durch das die Figuren quasi gezwungen sind, sich einen Weg zu bahnen. Diese Szene im Buch bringt die klaustrophobische Atmosphäre und das Gefühl des Verlorenseins perfekt rüber. In einem Remake könnte das der Spannung einen ganz neuen Kick, eine ganz neue Dynamik verleihen und visuell einfach nur fantastisch wirken. Ebenfalls bin ich der Meinung, dass wir in einem The Lost World Remake etwas ganz Besonderes beachten sollten. Auch hier wieder eine sehr kontroverse Meinung. Während wir in Jurassic Park 1, dem Remake, erneut den T-Rex als das Aushängeschild, das Maskottchen des Films haben, würde ich sogar vorschlagen, dass wir den in einem zweiten Remake, also zu The Lost World, eher seltener auftreten lassen. Ich bin sogar dafür, dass wir die sich tarnen können, den Kanu Taurus in einem The Lost World Jurassic Park 2 Remake sogar noch wesentlich öfter benutzen, als es im Buch der Fall war. Diese beiden Tiere sollten für Teil 2 das Aushängeschild des Remakes werden. Und ich kann euch, glaube ich, auch relativ gut erklären, warum ich finde, dass wir das einfach so sehr auch vom Buch abwandeln sollten. Denn unter anderem besitzen diese Tiere eine einzigartige Fähigkeit. Die sogenannte Chamäleon-Fähigkeit der Kanu Taurus im Buch sind so unfassbar spannend und geben ihnen einfach ein Alleinstellungsmerkmal, das man nicht einfach so an Akta legen sollte. Sie unterscheiden sich extrem von anderen Dinosauriern in diesem Buch Jurassic Universum. Bis jetzt wurden Kanu Taurus außerdem in keinem Jurassic Park Film wirklich in voller Action und mit dieser Tarnfähigkeit gezeigt. Ich meine, ja, wir hatten einen Kanu Taurus gehabt, der mal ganz kurz in Jurassic World 2 aufgetaucht ist und wir hatten noch die ganz komische Szene da auf Malta in Jurassic World Dominion, aber wir hatten noch keine Kanu Taurus Szene, wo das Tier wirklich in den Fokus der Spannung gelegt wurde. Ein Remake könnte genau das ändern und uns diese Tarnfähigkeit perfekt präsentieren, um Spannung aufzubauen und die Zuschauer wirklich in den Bann zu ziehen. Ebenfalls dürfen wir die Möglichkeit für Horrorelemente hierbei nicht außer Acht lassen. Durch die Tarnfähigkeit könnten die Kanu Taurus eine sehr gruselige und atmosphärische Bedrohung darstellen. Stellen wir uns einfach mal vor, wie die Figuren durch das verlassene Dorf schleichen und man als Zuschauer nie weiß, ob sich die Gefahr in Form eines gewaltigen Fleischfressers direkt vor ihnen befindet, weil die beiden Saurier eben unsichtbar sind. Und ja, so könnten die Kanu Taurus als Haupt-Antagonisten in Anführungszeichen eine ganz neue Art von Bedrohung im generell gesamten Jurassic-Universum darstellen. Und vergessen wir nicht, dass die Kanu Taurus auch sehr oft im Schatten von T-Rex und Raptoren übersehen werden, denn ja, T-Rex und Velociraptoren sind eigentlich die beiden Dinosaurier-Arten, ohne die nahezu kein Jurassic-Film auskommt. Ich finde, wir sollten die Kanu Taurus hierbei aber auch nicht vergessen, denn die sind definitiv faszinierend. Alleine schon durch ihr ungewöhnliches Erscheinungsbild und ihre Art von Taktiken, die sie eben im Buch vorweisen. Ein Remake zu The Lost World Jurassic Park 2, das sie in den Mittelpunkt stellt, könnte demnach nicht nur Buchfans begeistern, ganz im Gegenteil, sondern auch die Jurassic-Park-Fans der Filme mit neuen Dinosauriern und interessanten Strategien bereichern. Ihr würdet dann quasi die Kanu Taurus so sehen, wie ihr sie noch nie zuvor in einem Film gesehen hättet. Zusammengefasst denke ich, dass ein Remake von The Lost World Jurassic Park 2 eine fantastische Möglichkeit wäre, um einige der besten Szenen aus dem Buch endlich auf die Leinwand oder eben ins heimische Wohnzimmer zu bringen. Szenen wie das Nest der Raptoren, das Höhlenlabyrinth und natürlich auch die Szene mit den Kanu Taurus könnten die Story einfach noch viel packender machen und uns mehrere Highlights in verschiedenen Staffeln liefern. Statt der reinen Action und der Jagd auf Dinosaurier hätten wir eine tiefere, wissenschaftlichere Story mit komplexeren Charakteren und intensiveren Überlebensszenen. Der Fokus auf die Natur und die Dinosaurier als echte Bedrohung könnte die Atmosphäre des ersten Jurassic Park Films möglicherweise sogar noch übertreffen. Das könnt jetzt aber ihr entscheiden, was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr ein Remake zu The Lost World Jurassic Park 2 gerne sehen? Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tata. Bis zum nächsten Mal.